Herzlich willkommen zu Ihren SHK-TV-Nachrichten. Heute haben wir diese Themen für Sie. Wolf startet pünktlich zur neuen Saison Fußball-Tippspiel, SHK Einkaufs- und Vertriebs-AG stellt sich Herausforderungen der Zukunft und Jungpumpen feiert 95. Geburtstag. Ja, es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga steht in den Startlöchern und da ist auch Wolf mit von der Partie. In der letzten Saison hatte das Unternehmen, vielleicht haben Sie es ja bei uns gesehen, ja schon die Handwerkerloge von Fortuna Düsseldorf gesponsert. Jetzt steht pünktlich zum Liga-Start das Online-Fußball-Tippspiel von Wolf an. Alle Nutzer des Profiportals können mitspielen und in einem Team-Ranking ihre Kollegen herausfordern. Jede Woche wird ein Spieltagssieger ermittelt und am Ende der Saison der Wolf-Fußball-Tippmeister gekürt. Für den gibt es dann wahlweise einen Flachbildfernseher oder einen Kaffee-Vollautomaten. Wert circa 800 Euro. Mitmachen können Sie unter der eingeblendeten Adresse. Sie sieht sich auf einem guten Weg. Über 900 organisierte Handwerksbetriebe gehören inzwischen zu ihr. Die SAK Einkaufs- und Vertriebs-AG. Vorstand Sven Mischel war zu Besuch hier in unserem Studio in Düsseldorf. Das ist die Handwerker-Kooperation in Deutschland seit 1988. Wir stehen eigentlich für Unternehmensentwicklung auf vier Säulen. Also das Thema Einkauf. Eine klassische Einkaufskooperation war es mal. Das hat sich entwickelt zum Thema Marketing hinaus. Erfahrungsaustausch und natürlich Servicethema. Also das, was Unternehmensentwicklung ist. Und Verbund ist relativ einfach. Wir sind heute eine Genossenschaft. Eine Gemeinschaft, die im Netzwerk arbeitet und Größennachteile kompensiert, indem sie halt einfach durch viele Kosten teilt oder Ressourcen teilt und somit es für jeden wesentlich einfacher macht. Wir hatten am 31.12.920 Mitglieder. Und bis heute sind schon 18 wieder dazugekommen. Also es ist ein moderates, vernünftiges und qualitatives Wachstum. Um die Entwicklung der Kooperation nachhaltig und langfristig zu sichern, hat die SHK AG jetzt dem Verbundunternehmen eine genossenschaftliche Ausrichtung gegeben. Wir sind jetzt zur Genossenschaft geworden von der Aktiengesellschaft. Das geht in zwei Schritten. Das heißt, wir haben einerseits eine AG und Co-KG. Die wurde jetzt beschlossen mit über 98 Prozent Zustimmung, dass man zur Genossenschaft geht, eine transparente Form der Gesellschaft. Und im zweiten Schritt werden wir dann die AG aufwärts verschmelzen in die Genossenschaft, wo wir dann sagen können, okay, das, was wir schon seit Jahren so tun, steht dann auch, ich sage es immer, draußen drauf und wir haben dann Genossenschaftsmitglieder. Qualitatives Wachstum und zielgerichteter Service für die Mitglieder stehen für Sven Mischel im Vordergrund der Entwicklung. Also wir wollen eigentlich das Thema Unternehmensentwicklung weiter forcieren. Wir können immer nur sagen, gute Mitglieder und gute Unternehmen können viele Waren kaufen. Das ist immer das Thema, was wir hinten dran haben. Wir haben natürlich den gesamten Austausch in den Erfahrungen dabei. Wir wollen insgesamt wachsen, aber Qualität vor Quantität, das ist eigentlich so eine Maxime. Und natürlich, wir haben Gemeinschaftsmarketing mit Meister der Elemente und den Badgestaltern, wo wir sagen, okay, die wollen wir platzieren und dort den Mitgliedern auch die Möglichkeit geben, sich am Markt gut zu präsentieren. Die Grundlage ist Verbund und Sie haben es einfacher in einem Verbund, in einer Gemeinschaft, als wenn Sie es alleine machen wollen. Deswegen gehen wir ja auch überhaupt Partnerschaften ein, auch als Person, dass man einfach sagt, okay, Gemeinschaft, es ist einfacher. Sie können ins Tierreich gehen, dann gibt es dieses Wort Schwarmintelligenz, wo Sie sehen, naja, die jagen zusammen, das wäre jetzt so ein Thema, wo Sie versehen, machen Sie es zusammen, es ist einfacher, es ist günstiger, es ist wirklich einfacher. Und dementsprechend suchen Sie sich Kooperationspartner. Geburtstag mal anders. Zum 95. lädt Jungpumpen zu einem ganz besonderen Event. Am 18. August veranstaltet das Unternehmen in Behlen einen Motorradtreff. Zudem findet hier ein Güllepumpen-Designwettbewerb statt. Die Güllepumpe ist nämlich nicht nur ein Produkt, das Jungpumpen für landwirtschaftliche Betriebe entwickelt hat, sondern seit über 40 Jahren das Synonym für ein Motorrad, das in der Custom-Biker-Szene sehr beliebt ist, die Honda CX500. Über 40 Honda-Besitzer hatten sich beworben, 20 werden vor Ort sein, um ihre herausgeputzten Umbauten im Wettbewerb zu präsentieren. Eine Jury wartet mit tollen Preisen auf die schönsten Drei-Bikes. Ich warte hier in der nächsten Woche, und zwar am Dienstag, wieder mit einer frischen Reportage auf Sie. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss!